Das ist scheiße, wenn ich, wenn ich das hier einmal drumrum baue. Oh. Thank you. No problem. Steck mal, steck mal, steck mal. Hm? Ist das scheiße, wenn ich das da einfach so drumrum baue? Oh Gott, geht das geil. Mit drei Schlägen ist die Lampe kaputt. Ist das scheiße, wenn ich das da so drumrum baue? Nein. Versuch drei. Wir werden es sehen. Ach da. Ja, leuchtet auf jeden Fall direkt. Kommt denn diese Schicht hier noch weg? Sieht man den Closedorn eigentlich auch durch die Blätter? Also, ich schon. Tiro, wo bist du? Kommen diese Dinger hier noch weg? Wo bist du? Wo bist du? Hinter dir. Hinter dir. Ich glaub die... Siehst du nicht, was ich meine? Hier ist, ähm... Ich glaub, die müssen weg. Ach doch, man sieht's ein bisschen. Die hat irgendwer dahin gebaut, ich weiß nicht. Ja, aber weg kommen die, ne? Da kann man hier nämlich noch laufen. Das kann ich auch. Oder? Ja. Können wir auch weg machen. Aber dann sieht's natürlich doof aus mit den... Das ist auch wurscht. Also, ich bin aber auch kein Tannenbaum-Spezialist. Hast du jetzt eine Schere, Schneckwein? Also, ich habe schon Tannenbäume gebaut, aber... Ne, hab ich nicht. Das Kind, sie hängt noch hinten dran mit seinen Schaffungen. Aber kleine. Warte, warte. Schere. Ja, kriegst du gleich. Aber Schere ist vielleicht auch nicht so schlau. Ich bin grad am Lowstone machen. Warum ist Schere nicht so schlau? Weil du alles kaputt ballerst damit und dann vielleicht mit Pech auch das abbaust, was... Ja, dann baust du halt wieder eins Neues hin. Aber es geht ja wesentlich schneller, oder? Wie viele von den Clostern hast du nur noch? Viele. Gib mir auch mal ein paar, dann helfe ich dir ein bisschen. Ja, warte. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Wir haben schon 33 Minuten und ich habe nicht von Anfang an aufgebaut. Ja. Oh. Dann muss ich jetzt grad mal in das Dings schreiben. Mit dem anderen, ja... Und schon wieder muss ich Tag machen. Ach, Mann. So. Hm. Äh, gibt's noch Blätter? Hast du mehr jetzt? Ach, du hast mehr. Blätter? Wie, gibt's keine Blätter mehr? Hier. Kriegste. 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 So, dass ich leuchte dann wenigstens von Weitem, ne? Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Reicht erstmal. Ich hab grad... ...wieder ein paar Sticks weggebullert, ne? Okay. Ich mach mal welche in die Kiste am besten hier. Ja. Wer ist ein Kopf ist denn? Wieso... Hier ist ein Kopf. Sammeln ihn auf. Wir sammeln doch Köpfe. Ja, aber ist das nicht unser? Doch. Hä? Willst du dann... Willst du dann... Willst du dann jetzt nur, ähm, so... Ach, ich hab... ...so stufenweise diese um den Baum rum machen, oder was? Ja. Okay. Ich hab Heroes Kopf eingesammelt. Ja, cool. Den hab ich vorhin, glaub ich, auch eingesammelt gehabt. Was? War's überhaupt in meinem Kopf? Ja. Ja, der, der, der war hier dran. Am Baum. Oh nein. Ihr Barbaren. So, jetzt müssen wir mal Schlag ranhauen hier. Rainy. Was denn? War eh runtergefallen. Wir haben grade doppelt gebaut. Doppelt... Gummobild hält besser. So, hier, der Kram muss wieder weg. Ich will mir mal vorher einen angucken sollen. Ja. Oh, guck mal, da ist jetzt alles weg. Also ich meine zu wissen, wie ein, äh, Weihnachtsbaum aussieht. Eigentlich auch traurig, wenn nicht, ne? Ja, eigentlich schon. Aber eigentlich... Aber eigentlich... Ich glaub's auch nicht. Ne, wir müssen entweder Überlänge machen, oder wir machen... Oder wir müssen... Ne, macht mal, macht mal die Steigerung hier so weiter hoch, und das restliche Holz nehmen wir weg. Dann dürfen wir auch mal was in die Luft sprengen. Ich geb euch TNT. Ja! Boah. Geil. Oh, oh, oh. Wenn ihr artig seid, kriegt ihr auch ein Feuerzeug. Oh! Zündel, 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 zündel. Ich baue mir irgendwann schön zu schütteln. Macht dir Spaß schon zu spielen, oder? Ja. Zündel, zündel! Mh. Wird das halt ein kleinerer, ist ja auch schön. Guck mal an, wie's von... Also das sieht gar nicht... Das haben dann drei Folgen... Drei Folgenlänge wären... Drei Folgenlänge wären eine Stunde, oder? ich glaube ungefähr ja etwas mehr ungefähr nur etwas mehr also ich finde das eigentlich ganz cool aber wie viel aber das ist echt viel zu groß ja definitiv wie ist denn der abstand immer von ebene zu ebene ein blätter also man kann zwischen zwei blätter zwei blöcke aber ich finde so ein bisschen höher sollten wir noch gehen also zwei drei dinger noch da will ich auch sagen das heißt ich mache jetzt hier noch einen drauf oder was ja 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 mindestens diese ganzen blöden laternen aus der luft abgebaut aber wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch aber auch keine blätter mehr so ach ja so ne ich hab doch ich hab mal ein paar blätter so ein mist so jetzt habe ich keine blätter mehr kann ja welche mitbringen es regnet blätter stell dir vor nee hier regnet es erstmal schneebälle das auch hier regnet schneckball genau es regnet schneckball jetzt kann ich nichts mehr einsammeln weil mein mental voll ist doch ich kann was einsammeln ja quasi zack 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 jetzt müssen wir das da oben aber wieder abreißen ach so du wolltest blätter haben ich hab schon blätter jetzt mehr als genug wieso hat mir gott gegeben aber toll und ich sammle extra für dich ein ja wer zu spät kommt hat der ein glück dass er gott ist warum wirft kindzipsel denn hier jetzt mit äh dings rum was denn mit was mit ähm ich kann doch mit scheren werfen ja werfen scheren das ist schon mal ganz praktisch scheren äh wollt ihr noch ne schicht drauf machen oder ja zwei oder lang hast du doch gesagt zwei schichten blätter dachte ich oder nein ja ich dachte zwei schichten nein zwei blöcke platz und dann eine schicht blätter ja da hast du jetzt zwei gemacht ist ja egal ich guck mal wie es aussieht von dennoch hä ja toll weil wir haben jetzt eine schere das geht ja dann wieder schon abzubauen hier wie sieht es aus ach so schlimm ist das gar nicht das ist echt nicht so schlimm sicher ja guck doch man ich finde das ok ok warte halt dann nicht so nicht so kahl vielleicht ja naja die schicht muss runter das sticht ins auge rein das finde ich nicht schön ist doch schön geworden so insgesamt und bei nacht erst ich guck mir das mal aus der ferne an jetzt reißen wir eh schon ab bin ich auch ne schere eingeseinigt boah alter schwede geh da schnell ach krass ich hab ne schere doch ist besser oh nein reißen wir nicht den boden oder den füßen weg ey das ist das reißen warm 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 wuuu jetzt hast du gut wie mit dem mg ja so ok und jetzt hier zwei schicht äh close down dinge und ich hab kein close down mehr warte kurz ja ich mach das ich hab doch noch genug du brauchst ihm keine geben ok ich muss mich erstmal von dem holz entledigen ich hab so viel holz und oh mein gott ok hast du jetzt noch ja ich mach das eben mach doch eben blätter schon mal mit ich mach das sind ja nicht mehr viele hier alles klar das ist ja jetzt warte mal so das ist jetzt drei hoch ne ja oder jetzt drei jetzt drei oder was ne weiß ich nicht da hat einer drei gemacht ne ja ja eigentlich ja das ist noch das alte oder nicht eigentlich müssten wir jetzt genau hier oben ran setzen über dem glowstone quasi stimmt das ist der turm ja der muss weg ne der turm muss weg ja spreng nochmal soll ich sprengen ja mach mal aber ich fäll erst runter hier achso wir machen dann immer eins eins ähm Dings ne machen dann immer eins kleine oder ich lass mich das sprengen ich lass mich das sprengen hier da liegt TNT vom Umfang her meine ich jetzt ne ja jetzt brauchen wir noch Flint und Stone also wir haben das bisher glaub ich nur so ungefähr gemacht aber passt ja also meine Audacity Dings ist schon 50 Minuten aber ich hab glaub ich auch schon eher aufgenommen oh Gott dann ist Zeit gleich rum oder was? oh theoretisch schon ja nach 10 Minuten nochmal hätte ich gesagt ja das ist dann äh ich kann nicht fliegen gut jetzt kann ich fliegen mach nochmal Tag oder haben wir hier irgendwas zum Tag machen? ne ne? aber ich kann Tag machen oh mei mach mal Tag so wow endlich blind pfff guck zu von hier vor du das machst möchte ich einfach zugucken äh von hier hab ich ihn wo bist du? wo bist du? ich bin hier unten da ist ein Zombie okay du kannst ja warte ich bin ja noch längst nicht oben hier Firo riskiert sein Leben natürlich der fliegt die ganze Zeit ich bin auch äh entrüstet darüber entschuldige jetzt stellt er sich genau vor mich also was? treffe ich dich Firo? ich zünde jetzt an ne? so hoch ja ich hab ein bisschen weiter oben gezündet jetzt ja jetzt oh oh gleich ist der ganze Baum im was war das denn? aha nein du bist zu tief du musst viel höher man oh Gott ein Zombie Kinsey du hast den halben Baum wieder kaputt gemacht ja unter mit dir du musst doch ganz auch oben ja das stimmt von oben einfach oben drauf setzen oben auf die Spitze was ist denn daran so schlimm? wollen wir hier jetzt auch eine Schicht drauf machen oder? oder nicht? Männer und Sprengstoff vielleicht sollte ich das übernehmen oh mein Gott zum Glück ist hier ein Zaun ich bin eben nach links gelaufen immer weiter war wahrscheinlich am Zaun warte mal ich muss mal eben ich mach das anders oh Gott er springt nein das hier ist mach ich bis 90 bis 90 alles klar bis hierhin da war ja gar nicht springen oder? eigentlich nicht aber das come on warte 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 muss essen alle gucken gespannt ja es ist aber okay also und nichts passiert also diese Bacon Cheeseburger die machen ja drei, vier Schenkel auf einmal ist ja voll krass ja nimm mal welche mit anführen die nächste Aufnahme ja mit dem Saft da hängt man schon lang ne? ja machst du denn da jetzt? passiert da noch was? das ist schwer da TNT oh oh yeah alter Schwier juhu oh Gott die feier war runter oh 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 stopp 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 oh 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 hey gut passt in die Blaze da rein nice der Baum ist echt ganz cool geworden oder? das war ne geplante Verbringung ja sehr nice also so ein bisschen äh muss natürlich noch aber den Rest kann man ja fast so abbauen oder? ja das denk ich auch also ein bisschen ist der dann hoch genug jetzt für euch? also ich finde warte mal ein Stockwerk müsste er noch machen eins noch eins noch und dann noch ah ne das müsste er noch später noch ja also das heißt ja noch eins oder zwei das muss doch so lange weiter gehen bis bis die Spitze da ist oder? bis oben ja ja aber es wir können die Spitze ja auch noch abbauen was machen wir jetzt mit der anderen Hälfte dieser Insel? abreißen abreißen na es gibt vielleicht eine 200. Folge oder so ja genau so wie komme ich jetzt hier hoch? gar nicht doch es sind irgendwo irgendwo sind Treppen ich spreng nochmal darf ich sprengen? ich möchte sprengen ne noch nicht ich bin noch gerade hier oben oh nein eine kleine Sprengung ne eine kleine Sprengung eine ok eine aber obendrauf oder? ja so ein bisschen aber ich glaube du darfst echt nur noch eine machen oh 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 du scheiße hey das passt sogar fast perfekt glaube ich das ist richtig gut ja 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 da können wir jetzt oben die Spitze aus Blättern machen hier wir nehmen den Stamm aber ich glaube das müssen wir dann außerhalb von den Danks machen oder? warte was ist denn hä? ist hier warum ist denn hier ein Stamm? warum liegt das Stroh rum? ich habe hier der ist aber nicht richtig hier ach scheiße jetzt sind das auch noch die fetten Dinger hä? warum ist denn Schneckballkummer bitte ja warte was hat der Brady denn? warum ist denn hier Stamm? darf der hier sein? ne gut dann werde ich den Fehler mal berichtigen also ist ja immer an jeder Ecke einer frei ja deswegen das wäre schlammend deswegen das hatte ich mir auch schon mal gedacht nein so und jetzt noch schnell oh da hat er geschlammt also in der böse geschlammt ah dann kommt da die Leiter hin perfekt also unsere Insel kann man kann ich sehen ja ich kann jetzt unsere Insel aussehen nämlich oh Gott hier ist aber richtig geschlammt hier fehlen ja Stämme ja das ist weggesprengt teilweise wäre fast gestürzt so jetzt hat der Server gelagged jetzt habe ich ja ja hatte bei mir auch ein bisschen so Gott hab ich hier jemals fertig wenn einer von euch da passen da oben noch ähm klick 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 Glowstones hin, Hiro? Nö, eigentlich nicht. Oder da oben nicht mehr. Okay, dann gehe ich nämlich runter. Überall Blätter jetzt. Okay. Kunsi, kannst du bitte mal das TNT aus der Hand nehmen? Du machst mich nervös. Brauchst du die überflüssigen Dinge ab, wenn ihr runterkommt? Ja, ja. Ach, die Leiter war hier. Das ist nicht gut, dadurch das auch. Jetzt schon, ja. Feuer, Alter. Hau ab mit dem Feuer hier. Alter, wehe, du zündest jetzt dieses Ding an, ne? Das wäre mal die Riesen-Gaudi, glaube ich. Ich brauche einen Wassereimer. Eine Mission, ein Mann. Danach Mission erfolgreich, nur noch ein halber Mann. Ich denke mal, kommt mit der Schere. Da muss noch ein Blatt hin. Ähm, ja. Juhu, ich habe die Leiter gerade erst entdeckt. Wer hat die denn gebaut? Der gute Kind-Zipfel. Gut gemacht, Kinsey. Jetzt brauchen wir oben nur noch einen Stern. Wie macht man einen Stern? Ja, schmücken dürfte er erst, wenn er... Ach stimmt, wenn er 24. ist, ne? Ja. Oder wenn Advent ist, per se. Da hat er das natürlich schon ein bisschen... Was denn? ...kaputt gemacht hier. Okay. Das würde ich jetzt ja zu gerne mal sehen. Schmückt, geschmückt wird er dann in den Einzelfolgen, also wenn wir dann wieder getrennt aufnehmen. Weil es jetzt halt nicht anders sehr geht. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon am Ende. Ach, Quatsch. Ja, äh... Ist der Baum denn schon fertig? Weil wir haben jetzt... Der ist fertig, ja. Ja, aber wir haben jetzt auch noch Anschlusstermine. Ja, aber wir haben jetzt fast eine Stunde aufgenommen. Und auch Anschlusstermine. Von daher... Aber die Kiste muss dann... Weil hier ist noch so eine scheiß... Ja, warte, die kann ich nicht in die Luft kommen. Soll ich es in die Luft springen? Huch! Okay. Hm. Hat mich das Zeug hier übergottet. Voll die Rieseninsel und ein Baum. Aber hey, ist doch schön geworden. Ich finde den Baum cool, ja. Was ist denn da oben auf dem Baum drauf? Was ist da oben für ein Schild? Wer hat da was draufgeschrieben? Feuer! Oh Mensch! Wer brennt denn hier alles ab? Ich muss die Items verbrennen, sonst leckt der Server rum. Hä? Oh. Was? Da ist einfach ein Baumstamm in der Erde. Ich habe mir eben gesetzt, weil da ein Loch war. Was steht denn da drauf? Das ist eigentlich eine Message für, wenn es soweit ist. Ach so, dann gehe ich wieder runter. Okay, dann gehe ich wieder runter. Dann gehe ich wieder runter. Ich dachte, es sieht keiner, was dunkel ist, aber man sieht es hier voll. Aber voll. Wir stellen, wir stellen, wir können uns ja hier von dem Baum stellen und mit F5 raus tappen. Okay, das hast du mir natürlich hier gemacht. Ja, ich möchte nochmal ein guten Foto machen. Da steht kein Schild. Ja, aber jetzt, ähm, wir können... Ist der Baum schief? Ist das so gewollt? Können wir... Okay. Das steht nicht schief. Aber da ist... Wir können Tibran mit einbinden, indem wir uns einfach mal zum Tibran stellen. Ja, ich wollte eigentlich den Baum im Hintergrund haben, aber das geht ja jetzt nicht, weil Tibran steht dann falsch rum. Ist der AFK oder was? Ja, der zieht sich um gerade, weil er gleich zur Arbeit muss. Können wir denn nicht in die richtige Position schlagen? Nee, geht leider nicht. Warte mal, soll ich einen Pisten hinsetzen? Aber ich glaube, der Kopf bleibt halt immer in derselben Richtung. Ja, ja, der Kopf ist halt falsch. Ja, dann geht... Ist doch egal. Dann gehen wir jetzt hier so hin. Ja, Maturina! Dann steht er halt falsch. Genau, Tibran. Geht so nicht. So kann ich nicht arbeiten. Nein, nein, nein. So. Ja genau, kotzt dich aus. Sieht nach schwerer Arbeit aus, wenn man hier alles tut. So. Ich mach jetzt mal F1. So, Tibran, stell ich mal hin. Stell noch ein Foto machen. Kannst du mir das dann schicken? Ja, ja. Perfekt, okay. So. Oh ja, F1. Das war ein bisschen... Gute Idee. Äh. Foto? Foto? Nein, geht nicht. Ah, geht nicht. F2. So. Falsch. F2. Okay. Ja, ich hab zwei Bilder. Du kannst, du kannst, du kannst jetzt nochmal ein Bild machen. Mach mal jetzt nochmal ein Bild. Oh, jetzt bin ich gar aus dem Modus raus hier. Warte, warte. Sag mich halt, wenn du kannst. Ich kann, ja. 3, 2, 1. Okay, alles klar. Ich hab ein paar mehr gemacht. Gut, super. Alles klar, dann, ähm, ja. Bedanke ich mich natürlich erstmal hier an, äh, Tibran und Hiro für euer Erscheinen und auch für das Interesse hier bei der 100. Folge dabei zu sein, ja. Ja, gerne. Finde ich super cool. Ähm, mal gucken, wann, wann die nächste, äh, Jubiläumsfolge kommt. Vielleicht zur 250. oder für zur, äh, 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 Quatsch, zur 150. oder zur 200. 200. erst. Ähm, da werden wir bestimmt auch wieder irgendwie was machen, wo wir dann zusammen, äh, hier erscheinen dürfen. Und. Bestimmt. Ähm, ja, der Baum wird auf jeden Fall bis Weihnachten noch fertig geschmückt werden. Es gibt unser, unser Gemeinschaftsprojekt, ne, Kenzi? Ja, das kriegen wir irgendwie schon hin. Genau. Machen wir noch eine schön bunte Wolle von oder, oder für. Und, äh, oder vielleicht machen wir auch an Weihnachten einfach mal so eine Adventsfolge, wo ihr wieder dann da sein dürft. Ja, genau. Wäre auch eine coole Idee. Und, aber ich sag trotzdem bis daheim schon mal Dankeschön. Und, äh, an euch Zuschauer da draußen vielen Dank fürs Zuschauen, natürlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die, äh, ich, die, äh, wird wahrscheinlich auf drei Folgen hinauslaufen. Ähm, und, ja, Schneckball, hast du noch was hinzuzufügen? Nein, schön, dass ihr da wart. Ja. Ja, gerne, hat Spaß gemacht. Ja, schön, dass es Spaß gemacht hat. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Und, ja, dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute, bis morgen quasi. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schöner Baum. So. Dann geh ich jetzt mal hier raus. Ey, schlag ihn nicht. Ich könnte alles machen. Wie geht's denn eurer Insel so? Voll 59 Minuten, krass. Ja, richtig krass. Das ist bestimmt eine mega Riesendatei. Ja, das ist nun so. Das ist halt, los krähts sont. Vielen Dank.